Die Peering GmbH, der Betreiber des zweitgrößten Internetknotens in Deutschland, ECIX, wirft der Bundesnetzagentur im Streit um die Breitbandmessung einen besorgniserregenden Mangel an technischer Kompetenz vor. Sämtliche für die Messungen verwendeten Server befinden sich im Netz des Internetproviders CoreBackbone, weshalb bei der Breitbandmessung nur eine willkürliche stichprobenartige Messung zu einem der fast 60.000 Asnetze des Internets stattfinde. Gerade zu den Content-Providern wie Netflix und Amazon fehlten Angaben. Laut Bundesnetzagentur wird bei einem Test zur Breitbandmessung eine Ende-zu-Ende-Messung zwischen dem Computer des Nutzers und einer definierten Messgegenstelle im offenen Internet durchgeführt. Die Messserver der Breitbandmessung für Festnetzmessungen stehen in Frankfurt am Main in unmittelbarer Nähe zum weltweit größten Internetaustauschknoten der SIGs und sind direkt mit diesem verbunden. Messserver nicht direkt mit Internetknoten verbunden Christian von der ROP Director Interconnection ECIX Piring sagte golem.de am 6. Oktober 2017 Ein Messserver kann schon rein technisch nicht direkt mit einem Internetknoten verbunden sein, da hier zwingend ein BGP-Router vorgeschaltet sein muss, der den Datenaustausch über einen Internetknoten überhaupt erst ermöglicht. Mit der Behauptung, die Messserver befinden sich in unmittelbarer Nähe zum DESIGs, suggeriere die Bundesnetzagentur auch die Erreichbarkeit der Messserver darüber. Doch gerade dies ist laut von der ROP nicht der Fall, denn die Messserver befinden sich im ASS-Netz der Firma Corebackbone und damit hinter deren BGP-Router. Die Corebackbone lasse wegen vermeintlich selektivem Peering die Erreichbarkeit der Messserver nicht für jeden Netzbetreiber zu. Angeraten würde da, dass Internet-Service-Provider an mindestens drei geografisch verteilten Standorten eine Zusammenschaltung vornehmen, also entsprechend viele Berührungspunkte der beiden Netze existierten. Viele betroffene Internet-Service-Provider können diese oder andere Bedingungen nicht erfüllen und werden, so vom Peering mit der Corebackbone ausgeschlossen, sagte von der ROP. Daniel Maresch von Corebackbone erklärte golem.de am 12. August 2017 zu allen namhaften deutschen Last-Meli-Provider unterhalten wir als Netzbetreiber redundante Verbindungen einerseits über dedizierte direkte N-Fache 10G 100G links sowie gleichzeitig auch über die größten europäischen Non-Profit-Austauschknoten direkte Peerings des XAMSIX links NETNOD. Natürlich möchten wir auch kleinere Austauschknoten oder Last-Meli-Provider motivieren, direkte Verbindungen herzustellen. Norma melanchohl searching